Alter, was war das denn für eine Variante? Ob es geht ihn raus, krass das Tor. Kann man nichts anderes zu sagen. Was sagt ihr zu dem Tor? Komm, alles mal bitte jemanden klippen. So, Chat, ich muss noch Fokus, Alter, der Typ. Ich sehe es jetzt schon, der wird irgendwie mit Glück irgendwie ein Tor machen, Digga. Ich mag sowas gar nicht. Was hab ich gesagt, Chat? Was hab ich gesagt, Digga? Willst du einen Clip? Willst du einen Clip davon, Dominik? FIFA-Deutschland muss das sehen, Digga. Clip den Scheiße, mach dir das doch rein, schade. Ja, moin Jungs, Mädels. Ich melde mich mal ganz kurz hier offline aus der Wacker Boys Zentrale, weil gerade was Unglaubliches passiert ist. Ihr habt es vielleicht schon in unserer Insta-Story gesehen, ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme. Ich bin absolut heiser. Ich glaube, ich habe noch nie so geschrien in meinem Leben. Ohne Witz. Es ist das passiert, was ich mir immer in FIFA gewünscht habe. Guckt es euch einfach an. Wir gucken uns hier erst einfach nochmal zusammen an. Einfach eine Serie A81+. Er geht durch. Es ist ein Totz. Natürlich ein Walkout. Und dann kommt einfach diese Portugal-Flagge. Einfach ein fucking CR7-Toti. Ich habe immer noch Gänsehaut. Wirklich. Wenn ihr das sehen könntet jetzt, ich habe absolut Gänsehaut, wenn ich mir das in der Wiederholung angucke. Ich bin so fertig. Meine Stimme, ich werde morgen nicht sprechen können. Ich sage dazu einfach nochmal. SIE! Und das Kranke ist, ich schwöre jetzt mal kurz ein bisschen vor, weil wir das natürlich durchlaufen lassen haben. Guckt euch das einfach an. Ich sage einfach nur FIFA durchgespielt. Krass. Oh. Nein. Haha. Was war das? Ey. Was war das denn? Digga. Was war das denn? Ey. Das habe ich noch nie gesehen, Alter. Was war das denn, Digga? Nein. Scheiße. Ey. Ich habe nicht gedrückt, verdammt. Mann. Nein. Gollasso. Oh mein Gott. Äh. Äh. Oh mein Gott. Wie hat er den gerettet? Digga, das war besser als David Luiz damals Olympia. Wer kann sich erinnern? Jetzt kommt eine geschmeidige Flanke, Digga. Und der macht den jetzt. Bam. Oh mein Gott. Was für ein geiles Tor schon. Klipp, 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 Klipp. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Kevin De Bruyne. Salahmball. Elegant gelöst hier. Elfmeter. Und wenn sie Pech haben, legen sie gleich zurück. Ja, und das war auch nicht gut gemacht. Klares Foul. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Tor. Aguero trifft. Nein, 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 nein. Boateng rückt doch dann wenigstens nach rechts. Er macht es nicht. Niemals. Niemals. Da wird dann auch ein... Ja, es ist halt was auch ganz gut, wenn du den Gegner so signalisierst, dass er nicht zu so vielen Chancen kommen wird. Wir machen Probleme hier mal eine Zauberbude. Ohohohoho. Uiuiuiuiuiuiui. Schöpfe. Ja, es ist halt was. Jawohl. Ja, tut mir leid Ronaldo, tut mir leid, leeres Tor, köpf ihn halt vorbei, 99er Ronaldo, gar kein Problem, die... ... ja, ja..." Wie war das Homen mit Lutschen? Was klesse du auf den Dorrit? Ich vor allem. Häé, was ist das denn? Guckt euch das an, FIFA, EA Sports. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Bam, es hat sich gelohnt, Junge. Bam, Alter, der kostet immer nur mit der Klaube. Klippen. Und der passt so ab. Du bist ruhig, ich hab's heute noch gesagt. Schön, dass der ihn einfach allein lässt. Hä? Äh, was ist denn? Ja, nichts gedrückt. Mööööö, was ist das, Alter? Frest, frest das Tor, oh mein Gott, ich bin noch rübergegangen, es ist kein Tor. LOL! Alter, wotest du schon sagen, der ist doch drin, der ist doch drin, Alter. Alter, habt ihr das gesehen? Alter, der Torwart hechtet mit dem Ball ins Tor. FIFA Deutschland, Alter. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Jetzt macht er ein eigenes Tor und jetzt müssen die nächste Spiele erst mal aufwenden. Den wollte er so natürlich nicht machen. Der Ball geht ins eigenes... Was? Oh mein Gott! Hey, hör mal auf, Alter. Was ist das? Hart, Alter, hart. Ich kann nicht mehr. Ich versuche jetzt was. Oh, ich habe verkackt, Jungs. Schade. Junge, Alter, was war das? Das ist zum Heulen, dass ich hier um Bronzer einspielen muss. Guck dir, guck dir das mal an, ey. Bildschirm kaputt. Scheiße. Scheiße. Scheiße, mein Bildschirm ist kaputt. Mein neuer Bildschirm ist kaputt. Mein neuer Bildschirm ist kaputt. Ich sehe auf der einen der Hälfte gar nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ich kann nicht mehr spielen. Das ist so geil. Jawoll. Goal. Hopps genommen. Einfach Hopps genommen. Frieden hier rein. Äh, äh, okay. Du hast es auch angelegt. Oh, ah. Ich hatte es voll im Gefühl, Alter. No joke. Ich habe es so im Gefühl. Ja, komm, komm, komm. Blau. Blau, blau, blau. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, bitte. Nein. Was ist das? Stopp. Das ist das zweite Mal, dass Ronaldo in diesem Spiel das leere Tor nicht trifft. Und dann kommt so ein Tor. 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 Und dann kommt so ein Tor.